Suchst du was, Tina? Nee, ich hab noch was geholt, Paps. Also dann verschwind wieder, hier wird gearbeitet. Ja, meine Mittagspause ist eh gleich um. Guten Abend, Markus. Guten Abend. Was machst du denn noch hier? Na, was werde ich hier wohl machen? Überstunden. Und wo sind Paps und die anderen? In der Villa in Passau. Die machen dort die Vorbereitungen für den Einbau. Was ist denn das? Was das ist? Ein Klavier? Sehr komisch. Ha, ha. Du musst ja nicht lachen. Ist mir auch nicht danach. Es tut mir leid. Was? Ja, das mit Hubert. Was soll's. The best man wins. Wo hast denn den Schwachsinn her? Das ist kein Schwachsinn. Der beste Mann gewinnt. Sag dein Hubert. Mein Hubert? Bei dir tickt's wohl nicht richtig. Ich. Ich tue. Ich tue. Vielen Dank.